Die gemeine Pelzwurst ist ein nicht zu unterschätzender Schädling, der mit Vorliebe Schuhe, Füße, Hosenbeine und Kleidersäume befällt. Dieser gefährliche Nager wird manchmal auch verniedlichend kleiner Plüschmops genannt. Versucht man die kleine Pelzwurst von ihrer unangenehmen nagenden Tätigkeit abzuhalten, wird sie sofort zur jämmerlichen Piepwurst. Ist einem die Piepwurst nicht egal, kann sie bei guter Pflege und Erziehung über ihren gemeinlästigen Charakter hinaus wachsen und sich zu einer großen stolzen Pelzwurst entwickeln, die Haus, Hof und Familie beschützt, ob die wollen oder nicht. Musik 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 Leo ist heute drei Monate alt und grüßt alle Kollegen, besonders Billy vom Kanal Outdoor mit Billy, sein großes Vorbild. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020